Was ist die Idee von der Agentur Denkwerk? Also im Grunde hinter jeder Idee stehen Menschen und sehr liebe Kollegen bei der Agentur Denkwerk kamen mit dem Vorschlag an die WDCS oder traten mit dem Vorschlag an die WDCS heran, diesen Clip zu produzieren. Und diese Idee hat dann einfach Freunde, Partner, Personen gefunden, die einfach begeistert davon waren. Die Produktionsfirma Tango Film, die Judith, ihr ganzes Team waren begeistert davon, haben dann mit der WDCS und der Agentur Denkwerk an der Umsetzung gearbeitet. Aber was die Idee eigentlich aussagt, ist einfach, das ist ja das Wichtige, dass hinter diesem Gerede über wie viele Wale werden getötet, wer tötet wie viel, da stehen einzelne Individuen, einzelne Tiere und diese Tiere haben auch Mütter. Und das wollen wir einfach sagen. Wir reden hier nicht über Zahlen oder wie viele Wale gibt es von welcher Art und wie viele dürfen wir töten. Wir reden über Jungtiere, Mütter, Väter, Brüder, Geschwister. Das sind Familienverbände, hochentwickelte Säugetiere. Und um die geht es und um die geht es uns, diese zu schützen.